Ich mache Marcaine, weil ich das Faux-Fur lief, die Farbe ist schön. Es ist ein Statement, das ich in einem sehr kassuellen Outfit verwenden würde. Es passt mir. Ich mag es, es ist lässig, es sieht cool aus, man ist angezogen und es ist ein Hingfucker. Ich finde es sehr besonders, dass sie tatsächlich eine ganz große Bandbreite haben. Also sowohl von gemusterten Teilen bis zu schlichten, eleganten Teilen. Auf einer Modenschau war ich noch nie. Ich mache meine Fingers crossed für Marcaine. Ich mache das beste Show wie möglich. Das ganze Team ist mega nett, mega herzlich und es macht einfach immer Spaß. Natürlich ist es sehr aufregend für mich, dass so große Models da sitzen. Das sind wirklich meine Idole, zu denen ich aufblicke. Das theat Git grad war es für mich. Es war mir aufобразigt! Das ist einfach mache. Das ist einfach nur gonna machen. Ich meine, wir finden nichtsęderte, was machuconisch. Dat geht bei der forgoter Zeit? Das ist eine Kائuz war neu. Nichts � very genauer Hom г accomplishments. Das можно Boom ges tops diret auf, die Mensch zu ber seasiert. Ich höre sie heißt gar nicht,odia hart. i dauer, werm langsam sch Infin,Ğ? Musik Es war schon spannend, und dieses Mal mit so vielen Mädchen. Es war das erste Mal, aber hat, glaube ich, alles gut geklappt, und ich bin selber immer ganz begeistert. Die Show war super. Ich habe von, ich weiß nicht wie viele Outfits, aber 90 Prozent als tragbar für mich erachtet und habe im Geiste schon alles bestellt. Es war sehr, wie, get ready for summer. Boom! Ich denke, sie haben eine Variety für all kinds of women, das ist eine gute Sache. So, so any women can go in there and shop and find something beautiful for themselves. Was schon bei Karen Veit immer wieder der Fall ist, immer neue Überraschungen. die ist auf der Höhe der Zeit. Und das ist alles, bis zum nächsten Mal. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.